Asamoha gegen vier Mann, Asamoha, Balak, links geht Schweinsteiger, Balak, Balak, ein herrliches Tor, wunderschöner Treffer. Verteidiger haben wohl damit gerechnet, dass er den freistehenden Bastian Schweinsteiger auf der linken Seite anspielen würde, aber er hat es dann alleine gemacht, sein erstes Tor unter dem Trainerduo Jogi Löw, Jürgen Klinsmann, Michael Balak zum 2 zu 0. Eingeleitet von Gerald Asamoha, der sich gegen drei Mann behaupten kann, der Haken, und der wunderschöne Treffer des Kapitäns, Michael Balak. Als letztes Tor erzielt bei der EM.